Dieser exklusive Smart steht hier zum Verkauf. Das weiße Coupé bietet luxuriösen Reisekomfort. Der Kilometerstand des Verhackens liegt bei weniger als 8000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Das Coupé bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Schiebedach, ABS, ESP, Traktionskontrolle und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 71 PS auf die Straße. Kontaktieren Sie uns, wir beantworten gerne Ihre Fragen.